So, alle einsteigen, voll die dicken Messer hat das Mammut vorne dran. Okay, die beiden Axtkriegern noch. Das Tor kriegen die nie kaputt. Gut. Was muss das jetzt hier werden? Was ist mit denen ein Axtkrieger noch hier? Du kannst mit denen zum Tor gehen. Du kannst mit denen ein Axtkrieger noch mal sterben lassen. Kann man die nochmal sterben lassen? Sterben lassen. Ich brauch dich nicht mehr. Entfernen war das, glaub ich mal. Warte, 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 warte. Zack. Denn wir brauchen ja noch einen Drachen. Ein Rammschiff. Boah, ich kann mir mit immer mehr. Naja, passt schon so. Gut, ihr Donner schützt die am Tor. Erstmal in Bunk. So. Ihr drei müsst hier hin. Ist mir egal wie, aber ihr müsst hier irgendwie anlegen. Genau, hier. So. Mhm, mhm, mhm. Okay. Aha. Alter! TUX Titan. Der hat auch schon was. Krasse Scheiße. Ich bin tack gel SY würde. Und nachdem